So, herzlich willkommen bei Ladescreen. Da. Bin aber gleich da, wo ich hin will und dann geht's los. Über Brücke, Langhälse, über Brücke, über Brücke, Langhälse, um Kartenbereiche freizulegen und Maschinenareale zu entdecken. Das machen wir jetzt. Das ist mein nächstes Ziel. Allerdings laufe ich jetzt erstmal hier hoch. Hier ist ein Lagerfeuer. Das ist der nächste Punkt. Und dann haben wir wirklich nicht mehr viel. Es ist nur noch dieses kleine Gebiet hier hinten. Ansonsten ist alles erledigt. Alles. Ups. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt richtig laufe. Ich denke schon. Ja, was ihr hier links durchlaufen seht oder über meinem Kopf. Ich hab gerade noch beim Händler ein bisschen eingekauft. Und hab mir meine Tränke aufgefüllt und hab mal ziemlich viel Scheiß verkauft. Und die ganzen, ähm, Kisten, diese freien Kisten und Belohnungskisten alle mal entlootet. So, hier sind wir dann hier, ne? Würde ich sagen. Oh, da hinten ist ein Sandwurm. Ich hab ihn gesehen. Da muss ich aber zum Glück nicht hin. Das war hier oben dann irgendwo. Boah, hier. Boah. Naja, auf den hab ich gar keinen Bock. Wenn ich den nicht für eine Quest töten muss, geh ich den jetzt definitiv aus dem Weg. Das heißt, wir laufen auch hier unten rum jetzt. Wenn's irgendwie geht, weil die, die sind ja nicht schwer, ne? Man muss sich nur erhöht irgendwo hinstellen und draufballern, aber... Das dauert. Das dauert einfach so ewig. Oh, was macht der? Der scannt. Was ist das da hinten? Naja, das tut ich in Ruhe. Richtig jetzt. Waren das drei auf einmal? Ach, nee, der ist noch... Ach, ich hab gedacht, ich hab drei auf einmal getötet. Wäre das geil gewesen. Drei auf einen Schlag. Das wäre super gewesen. Wäre zwar... Ist zwar ungewollt, aber... Na schön. Nur trotzdem. Alle easy, ne? So, ich muss auch... Kaninchen? Kaninchen! Okay. Kaninchen hat Glück gehabt. Ja, ich muss natürlich hier hoch. Das war klar. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Das war klar, dass ich jetzt da hoch muss für das Lagerfeuer. Guck mal, ich hab's aber entdeckt. Heißt das jetzt? Ich kann hier hin porten. Bis zu deinem Zielort. Okay. War gut. Ja, ist immer noch ein bisschen Reinholzmangel. Ich geh trotzdem immer zu den Lagerfeuern hin. Falls ich da wirklich die anklicken muss, dann weiß ich ja später gar nicht mehr, welche sich noch anklicken muss. Also laufen wir da ganz kurz hin. Ah, fuck. Das ist ja gut. Oh, der war ein bisschen vorbei. Oh, echt jetzt? Lass mich denn noch töten. Danke. Oh. 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 So muss das, ne? Super. Kommt noch einer? Ich höre noch jemanden. Oh, das sind noch welche. Wat? Wat? Niemals. 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 Wie assi war das denn bitte? Da hab ich wieder so ein Teil abgeschossen von denen. Wäre schön gewesen, hätte ich das vorhin gesehen. Die waren beide aggro auf mich und sind schon abgetaucht. Das heißt, es könnte sein, dass die gleich noch irgendwo hochkommen. Ich geh jetzt erstmal ans Lagerfeuer speichern. Oh, ist das schön hier. Guck mal. Sogar mit Kiste. Kein Platz. Kann man es merken. Hier ist noch ein Haufen Heiltränke. Okay. Hier ist das nächste Lagerfeuer. Optimal direkt vor dem Langhals. Gehen wir da mal hin. Und dann kommt der Langhals. Hoffentlich noch in dieser Folge. Ah, ich seh schon. Hier ist schon die Wüste wieder so wie... Es kommen gleich Viecher aus dem Boden. Da ist ja der Langhals. Geil. Geil. Und da sind Vögel. Das Signal muss ganz nah sein. Mhm, 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 mhm. Äh, ja, ich wollte Karte. Ja, okay, alles klar. Langhals. Oh Gott, sind hier viele. Ich find die kacke, weil die haben nicht so viele Angriffspunkte, ne? Oh. Arsch. Hier kannst du echt die ganze schweren Melee treffen, find ich. Und die brechen dich einfach super oft. Und dann machen die noch so einen Scheiß. Komm schon. Und ruf. Ja, mein erster Down. Ich muss mir jetzt erstmal hier ein bisschen Platz verschaffen, glaub ich. Okay. Lassen mich looten. Das ist doch nett. What? Bitte kein so Viech aus dem Boden. Bitte nicht. Oh ja, klar. Geil. Musste der mich nochmal treffen, ne? Naja. So, save. Und dann weiter zum Langhals. Da drüben sind halt auch noch Viecher, ne? Ich geh jetzt erstmal zum Langhals. Ich weiß noch nicht, wie ich da draufkomme. Wahrscheinlich muss ich da vorne hochlatschen. Oh, das ist auch noch so komische. Na, die Brüllrücken, komm, die können wir eigentlich auslassen, oder? Was? Was kommt jetzt? Oh, dann muss das doch noch so einen. Oh Gott, die kommen alle hier hoch. Okay. Ich find die, bei denen die Tanks so schwer zu treffen. Was? Wat? Wat, wat, wat? Ich muss da unten reinflachen. Da kommt noch einer. Und der nächste. Schatten wir uns halt erstmal Platz, ne? Ja, klar. Na, aufpassen, dass der Langhals mich nicht erwischt. Keine Muni. Das ist blöd, ne? Ja, Melee ist bei denen auch ein bisschen dumm. So, passt das? Hm. Feint so zu sein. So, von wo aus war das? Was? Wer schießt da? Da hinten? Echt jetzt? Ne, hier ist irgendwas. Hä? Es wird doch gar nichts angezeigt. Was? Hallo? Zwischenruhe. Wie komme ich hier wieder hoch? Oh, das ist jetzt komplett falsch hier. Vielleicht nicht noch irgendwelchen Viechern die Arme rennen jetzt. Ich glaube, das war unnötig, dass ich jetzt hier außenrum gerannt bin. Ich lasse mich einfach nur hier hoch und dann läuft er da vorne vorbei. Dann kann ich den eigentlich drauf, ne? Da kommt er. Letzter langen Hals im Spiel. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von irgendwo abgeschossen oder so. Nur die Frage, wo drauf? Wieder hinten dran irgendwo? Guck mal, wird schon passen. Okay, wir sind drauf. Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch. Äh, ja. Ah, jetzt mal hier außenrum. Ah, okay. Okay, das ist neu. Okay. Okay. Ach, da hinten komme ich hoch. Okay. Einmal außenrum hangeln. Finde ich auch cool, dass die unterschiedlich sind, ne? Und rein damit. Sehr geil. Letzter langen Hals. Gibt wieder ein Achievement, hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Mhm. Fünf Langhälse gab's. Alle Langhälse überbrückt. Optimal. Nieder ein geheimnisvoller Fremder vor den Eloy. Bei einem Zusammentreffen dazu auf. Mit ihrem Banditenlager zu überfallen. Ich hab doch alle Banditenlager schon. Ah, weil ich jetzt alle hab, kann ich mit dem nochmal reden. Ah, auch cool. Oh, ich hab drei Fertigkeiten. Ja, dann. Ist eigentlich wurscht, was wir hier machen, ne? Ist alles kacke. So. Aha. Hier ist noch eine verdorbene Zone. Es gibt also wirklich noch eine. 34. Alles klar. Das ist hart. Guck, hier unten ist auch noch was, was ich nicht genutzt habe. Hier ist noch ein Dorf. Da ist noch ein Dorf. Okay. Das hier ist mein nächster Punkt. Gehen wir mal hier hin. Frage ist, jetzt zeige ich mich ab. Ne, ich port mich einfach hier hin. Gut. Ich port mich hier hin. Und wir sehen uns nächste Folge wieder, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Gut. Und? Bis zum nächsten Mal.